Jetzt freue ich mich auf das nächste Panel, das überschrieben ist mit Angriff auf die Demokratie, wie Antifeminismus in Deutschland und Europa. Da erwarten wir jetzt zwei Vorträge, zum einen von Ursula Birsel und zum anderen von Neil Datta. Ursula Birsel ist Professorin in Marburg und hat Politikwissenschaften studiert und lehrt sie dort und sich auch sehr intensiv mit Antifeminismus auseinandergesetzt. Jetzt auch zusammen mit Annette Henninger in dem Projekt Reverse. Da wird sie selber vielleicht dann noch drei Worte zu sagen. Auch morgen hören wir von Annette Henninger dazu noch was. Soviel der Vorrede und ja, ich freue mich auf einen interessanten Vortrag. Erstmal haben Annette Henninger und ich uns überlegt, wir nutzen genau diese Situation für ein bisschen Agiprop. Und zwar, wir haben am Institut für Politikwissenschaft an der Philips-Universität Marburg uns gezwungen gesehen, eine gemeinsame Erklärung des Gesamtinstituts zu verfassen für freie Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft. Im Hintergrund standen Aktionen von 120 Dezibel im letzten Jahr und von den Identitären. Und auch, was wir zur Kenntnis nehmen müssen, und da stehen wir in Marburg, glaube ich, nicht alleine in der Politikwissenschaft, wir haben auch immer wieder Studenten aus rechten Burschenschaften, und zwar aus der deutschen Burschenschaft, namentlich vor allem Germania und Rheinfranken, die auch gezielt bestimmte Seminare besuchen, zum Beispiel von mir zu extremen Rechten in Deutschland und Europa oder von anderen Kolleginnen und Kollegen zur Migration und Migrationspolitik. Und wir hatten nach den Aktionen letztes Jahr eben genau diese Erklärung verfasst. Dann kam dann im Uni-Journal vor ein paar Wochen auch ein Artikel dazu zu unserer Aktion mit auch Zitaten von mir. Und all das rief die AfD, ihr werdet, es wird niemanden erstaunen, auf dem Plan. Und bei uns landete letzte Woche eine kleine Anfrage der AfD aus dem Hessischen Landtag an der Uni mit sieben Fragen, die wir jetzt der Landesregierung, wo wir der Landesregierung zuarbeiten. Und wir können von Glück sagen, wir haben eine Unileitung, die sich auch sowohl politisch als auch insgesamt vor uns oder hinter uns stellt. Das haben wir nicht an allen Universitäten. Aber ich dachte, wir nutzen, Annette und ich, wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit, euch unsere Erklärung, ihr findet es auf der Rückseite, einfach mal zukommen zu lassen. Okay. Wenn ich jetzt über Antifeminismus und Demokratie spreche, werde ich, um eben an einer Kritik von eben nochmal anzusetzen, durchaus sehr stark mich auf Westdeutschland konzentrieren. Und das hat zwei Gründe, dass wir einmal im Empirischen vieles sehr westdeutsch orientiert und dominiert ist. Sie werden das oder ihr werdet das nachher sehen bei dem, was ich präsentiere. Und dass auch viele AkteurInnen, die in Ostdeutschland unterwegs sind, wir wissen das ja auch aus der radikalen und extremen Rechten, in ihren Führungspersönlichkeiten westdeutsche Importe sind. Also das heißt, dass teilweise die Debatten schon eben halt auch von dort geführt werden. Aber wir haben auch wissenschaftliche Lehrstellen. Ilse Lenz hat vorhin, Ilse, du brauchst nicht zurückkommen, ich wollte mich nur auf dich beziehen. Ilse Lenz hat vorhin, aber das hat sie auch schon in ihren Schriften vorher schon auch gemacht, immer wieder vorgehoben, wie tiefgreifend sich gegenwärtig die Geschlechterordnungen transformieren. Vielfalt wird das, und das wird Annette Henninger, glaube ich, morgen nochmal detaillierter ausführen, wird das häufig auch als Krise wahrgenommen. Wir selbst in Marburg würden sagen, also die Geschlechterverhältnisse sind in keiner Krise. Wir sagen manchmal auch, schade eigentlich, weil damit die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die da drin stecken, die androzentrischen, auch nicht in die Krise geraten sind. Aber die Geschlechterordnungen sind in einer Transformation, was sozusagen im Augenblick oder das, was wir gegenwärtig unter Antifeminismus diskutieren, auf dem Plan ruft. Lange Zeit war diese Debatte um Antifeminismus immer sehr stark konzentriert auf die Rechte und extreme Rechte. Aber in diesem Antifeminismus, wenn wir ihn als weltanschauliche Gegenbewegung begreifen, ich werde das gleich nochmal erläutern, finden sich ganz neue Allianzen zusammen, die sich nicht auf das rechte Spektrum konzentrieren, sondern viele Spielarten auch, wie Nancy Fraser es nennt, des progressiven Neoliberalismus, neben dem regressiven Neoliberalismus mit einschließen. Auch im progressiven Neoliberalismus, also vor allen Dingen, wenn ich mir die Chicagoer Schule um Friedman und andere angucke, begreifen oder sehen, immer noch die Urzelle der Gesellschaft, Sie sprechen dort weniger von Keimzelle, die Urzelle der Gesellschaft in der traditionellen heteronormativen Familie. Wenn es gerade darum geht, und das ist sehr wichtig, wenn wir uns auch dieses Spektrum mit ansehen, dass, wenn es also darum geht, dass die Marktkräfte und nicht ein Sozialstaat soziale Beziehungen steuern sollen. Dies läuft der Allianz mit Linksliberalen, so könnte man Nancy Fraser auch verstehen, nicht zuwider, solange diese die traditionelle Rolle von Frauen als Mutter und Erzieherin und damit die Urzelle der Gesellschaft, die heteronormative Familie, nicht grundsätzlich infrage stellen. Man kann alle anderen Lebenskonzepte daneben akzeptieren, wenn genau diese Urzelle aber in ihrem Kern nicht angegriffen wird. Und das ist durchaus in allen Varianten neoliberalen Denkens durchaus implementiert. Und ich glaube, das sollten wir auch dabei immer im Kopf haben, dass wir es hier nicht nur mit rechten Akteuren und Akteurinnen zu tun haben. Mir geht es, also nachdem ich geklärt habe, was ich jetzt unter, oder was wir auch in Marburg unter Antifeminismus verstehen, damit irgendwie klar ist, auf welcher Geschäftsgrundlage wir sprechen, geht es mir vor allen Dingen um das kollektive Akteurspektrum. Und ich versuche zumindest ansatzweise, dieses abzustecken, weil das ist schier unübersichtlich an einigen Stellen. und zwar ein Akteurspektrum, was sozusagen am Antifeminismus andockt. Der Antifeminismus ist der Kern und die Klammer der zum Teil recht unterschiedlichen, weltanschaulichen Gegenbewegungen zur Demokratie und zu Prozessen der Emanzipation. Es kommt hier zu Allianzen von AkteurInnen, die ansonsten eigentlich politisch sich nicht zwingend nahestehen oder keine Allianzen eingehen würden. Sie tun es aber vor allen Dingen bei Aktionen wie Marsch für das Leben, dort kann man sie sehr gut erkennen, aber sie würden ansonsten an vielen Stellen vielleicht auch politisch nicht zusammenarbeiten. Meine Ausführungen und dann versuche ich, und das ist eigentlich eine meiner Thesen, dass der Antifeminismus im Kern, da wo wir so ein bisschen die Sinnstiftungsproduktion auch finden, vor allen Dingen auch ein ständisches Projekt ist. Das aber durchaus Mobilisierungspotenzial, findet in anderen Milieus. Ich versuche das nachher, zumindest das, was wir aus der Empirie zumindest ableiten können, das sind aber teilweise nur erst mal Plausibilitätsüberlegungen, weil es gibt jetzt erst die ersten Versuche, Antifeminismus in Einstellungserhebungen zu integrieren, aber so ganz funktioniert das noch nicht. Deswegen sind all diese Sachen noch im Augenblick aus der Plausibilität heraus, versucht von mir irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen. Und dann kann man auch vielleicht ungefähr abschätzen, wie groß das Mobilisierungspotenzial auch ist, also womit wir es eigentlich zu tun haben. Meine Ausführungen werden sich in der Tat größtenteils auf ein Forschungsprojekt stützen, das wir am Zentrum für Gender Studies an der Philips-Universität Marburg im Augenblick noch diesen Monat noch laufen haben, mit dem Titel Krise der Geschlechterverhältnisse, Fragezeichen, Antifeminismus als Krisenphänomen mit gesellschaftsspaltendem Potenzial, kurz, wir brauchen ja immer ein Akronym bei BMBF geförderten Projekten, REVERSE. Annette wird allerdings morgen dazu ausführlicher was sagen, deswegen werde ich nämlich nichts mehr zu dem Projekt sagen, sonst würde sich das doppeln. Und aus meiner bisherigen Demokratie- und Rechtsextremismusforschung, also das ist sozusagen die Grundlage. Dann komme ich schon mal zu meinem ersten Punkt, was ist Antifeminismus? Dabei stellt sich zunächst einmal die Frage, was überhaupt auch unter Feminismus verstanden werden kann, zumindest so, wie wir oder wie ich erst einmal herangehe, um darauf aufbauend Antifeminismus zu definieren. Und zwar ist das bei uns und auch bei mir eher aus einer materialistischen Perspektive. Mit meiner früheren Kollegin Ingrid Kutscher von der Philips-Universität Marburg kann gesagt werden, dass Geschlecht nicht die zentrale Kategorie feministischer Wissenschaft und Politik ist. Ich zitiere sie, vielmehr geht es um Herrschaft und Emanzipation, damit definiert sich Feminismus als Forschungs- und Handlungsperspektive in erster Linie nicht über seinen Gegenstand, sondern über sein Erkenntnisinteresse und sein politisches Anliegen. Zitat Ende. Das Anliegen des Feminismus ist mit Kurt Schärf darin zu suchen, dass es sich nicht allein in der Auseinandersetzung mit der hierarchischen Anordnung bipolarer Geschlechterstereotypen und seinen gesellschaftlichen Folgen erschöpft, sondern alle gesellschaftlichen Verhältnisse durchdringt und androzentische Macht- und Herrschaftsverhältnisse als Zwangsverhältnisse offenlegt. Und dagegen, genau gegen diese Bestrebungen, sich gegen diese androzentischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu wenden, positioniert sich der Antifeminismus, den wir folgendermaßen definieren. Ich lese es mal kurz vor. Antifeminismus, also oder ich fange noch mal an der Stelle an, wo das eigentlich herkommt, diese Definition. Es ist eine Anlehnung an die Ideengeschichte und hier sozusagen in Anlehnung an die Historikerin Helga Grebin, die eigentlich mal versucht hat, konservatives und antidemokratisches Denken in den 1970er Jahren in einen analytischen Strukturbegriff zu kleiden. Dann ist nämlich Antifeminismus einer dem jeweiligen historischen Prozess und das ist wichtig, weil es ist nicht das erste Mal, dass wir in dieser Situation sind, sondern es kommt immer auf den jeweiligen historischen Prozess an, der Emanzipation, des Universalismus, der gesellschaftspolitischen Liberalisierung und Entnormierung der Geschlechterverhältnisse, immanente, weltanschauliche Gegenbewegung. Und ich spreche erst mal von weltanschaulicher Gegenbewegung oder wir, weil hier sich noch die Frage stellt, ob sich überhaupt eine soziale Bewegung in dieser Form formiert, sondern ist es erst mal eine weltanschauliche Gegenpositionierung. Er ist damit, also der Antifeminismus, gleichzeitig eine Gegenbewegung zur Demokratisierung von androzentrischen oder insgesamt auch von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Dennoch ist der Antifeminismus nicht per se antimodern, sondern steht für Vorstellung einer anderen Moderne. Die Konfrontation von Feminismus versus Antifeminismus, würden wir sagen, ist gegenwärtig ein offenes Kampffeld um Dominanz und Hegemonie. Wie Birgit Sauer betont, basiert Antifeminismus aber nicht zwingend auf ein geschlossenes Weltbild, sondern kann auch auf sogenannten dünnen Ideologien aufbauen. So bieten aber gerade, solche bieten aber gerade eine ideale projektionsfreiche Alltagstheorien aufzugreifen und diese sozusagen gegen Emanzipationsbestrebungen zu mobilisieren. Eine geschlossene Ideologie würde auch ich sagen, kann das nur bedingt oder eigentlich auch gar nicht. Wer führt eigentlich den Kampf? Das Akteursspiktum, das hatte ich vorhin schon gesagt, im Feld des Antifeminismus ist eigentlich unübersehbar und könnte, so haben das mal Studierende in einem Masterseminar von mir versucht, wo es eigentlich um die religiöse, vor allem christliche Rechte in Deutschland ging, haben das mal so versucht. darzustellen. Also wie man sieht, vielfältig, aber sehr unübersichtlich. Ich habe auf dieser Grundlage mal versucht, das ein bisschen zu kondensieren. Das ist jetzt eine starke Vereinfachung, aber zeigt vielleicht, womit wir es ungefähr zu tun haben. Andreas Kemper könnte da glaube ich auch noch mal stundenlang drüber reden. Das haben wir ja auch schon mal gemacht, wer und was alles dazu gehört. Also das ist so ein bisschen der Versuch der Systematisierung und der Vereinfachung. Ich kann in der Kürze der Zeit also nicht auf alle hier eingehen, das werde ich auch nicht tun. Ich werde nur zu denen etwas sagen, die weit in soziale Milieus der Gesellschaften hineinwirken können. Das betrifft in erster Linie von Ihnen oder von euch gesehen alle Akteursgruppen auf der linken Seite des Schaubilds. Die sogenannte neue Rechte und die extreme Rechte gehören vor allen Dingen die letztgenannte nicht dazu, obwohl sie zum Teil äußerst aggressiv und auch militant gegen Feministinnen und Geschlechterforscher innen vorgehen. Auffällig sind zwei Beobachtungen. Zum einen haben wir es mit christlich-fundamentalistischen AkteurInnen zu tun, die weit in das Spektrum der Amtskirchen und der konservativen Parteien, vor allem ihrer Jugendorganisation, also gerade die Junge Union ist hier sehr aktiv, hineinreichen und die zum anderen direkt oder indirekt mit der populistisch-extremen rechten Partei AfD verbunden sind. Die direkte Verbindung besteht zwischen der sogenannten, wie Sie sie wahrscheinlich kennen, auch zivilen Koalition von Beatrice von Storch mit evangelikalen Glaubensgemeinschaften und den Christen in der AfD. Die indirekte Verbindung zur AfD stellt sich beispielsweise über den Marsch für das Leben her, der im Wesentlichen auch von der zivilen Koalition organisiert wird. Das verbindende Glied ist der sogenannte, ich glaube, jetzt sehe ich nichts Neues, Lebensschutz, also der Kampf gegen Schwangerschaftsabbruch. In den konservativen Parteien, vor allem in der CDU, haben wir einige VertreterInnen der evangelikalen, die evangelikalen Glaubensgemeinschaften angehören und politische Spitzenfunktionen und Ämter auf Bundesebene einnehmen oder zumindest in der Vergangenheit eingenommen haben. Sie sind nicht, also ich würde sie jetzt nicht alle unter den Verdacht des Antifeminismus stellen, das sind sie auch nicht, aber konservativ eingestellt, was die Geschlechterverhältnisse angeht. Das Problematische an diesen Einstellungen ist nicht, dass deren Protagonistinnen eine heteronormative Geschlechterordnung verteidigen, sondern, dass sie die Gleichwertigkeit allein schon nur von Frauen und Männern infrage stellen. von anderen Geschlechtern ganz zu schweigen. Bei denjenigen, die besonders fundamentalistisch orientiert sind, ist es der vermeintliche Sündenfall Efas, der Frauen eine untergeordnete Position gegenüber Männern zuordnet. Diese Position ist Gott gegeben und dadurch unveränderbar. Einige dieser evangelikalen, aber auch katholischen Zusammenschlüsse würde ich als fundamentalistische christliche Rechte bezeichnen, die wir im Übrigen in der Forschung noch viel zu wenig im Blick haben, was Deutschland angeht. Zu den USA liegt eine ganze Menge vor und auch zu anderen europäischen Ländern, aber zu Deutschland bisher wenig. Denn sie verbinden häufig ihre christlichen Vorstellungen mit politischen Herrschaftsansprüchen und da wird es politisch rechts oder gar den Gottes Staat dazu zählen einmal ganz prominent der katholische und international organisierte Eliteorden der Piusbruderschaft, aber auch eine freikirchliche Gemeinde wie das Gospelforum Stuttgart, das weit über die Stadt Stuttgart hinaus einflussreich ist. Aber ich habe unter den katholischen Gruppen ein Favorite. Das ist das Forum deutscher Katholiken. Ich liebe sie, weil sie so klar sind. Auch in ihrer Argumentation, wo so der Antifeminismus mit anderem sehr gut zum Vorschein kommt. Das Forum Deutscher Katholiken, das hat sich um 2000 herum gegründet. Ich würde sagen, eigentlich eine religiös- fundamentalistische Organisation, die sich vor allen Dingen aus ehemaligen hohen Würdenträgern speist, wie Bischöfe, Weihbischöfe, die emeritiert sind, ehemalige Professoren. Ich glaube, in den Führungsgremien, ich habe, glaube ich, eine Frau gefunden. Das Forum deutscher Katholiken, auch aktiv beim Marsch für das Leben, folgt einer doppelten Feindschaft im Sinn Karl Schmitz. Vordergründig wird von dem Verein die Einwanderung von MuslimInnen nach Europa als Problem definiert. Der Islam ist aber hier nur der sichtbare Feind, also der Islam in Anführungszeichen. Die absoluten und wahren oder wahren Feinde, spricht Karl Schmidt von absoluten Feinden, es sind die wahren Feinde, es sind auch immer Feinde von außen, sind etwa die USA und der Feminismus. Weil sie stehen für Universalismus, Hedonismus und dadurch eben, dass sie auch für körperliche, für das Recht auf den eigenen Körper und so weiter pochen, dann auch noch für den Geburtenrückgang zuständig sind und damit auch noch die Christen reduzieren. Um ihn zu bekämpfen, sollten sich die Katholiken, das ist interessant, mit Muslimen verbünden. In einer Resolution des Forums von 2008 heißt es folgendermaßen, ich liebe dieses Zitat, ich zitiere, nicht die Stärke des Islam ist die gefährlichste Bedrohung Europas, sondern die systematische Verdrängung des christlichen Glaubens aus der Politik und dem öffentlichen Leben, die zu einer geistigen Immunschwäche Europas führt. Und jetzt kommt es, ich habe es euch rot unterlegt, im Kampf gegen die Kultur des Todes, internationale Geburtenkontrolle, die ich noch nicht kannte, aber internationale Geburtenkontrolle, Abtreibung, Genderideologie, sind die Muslime unsere natürlichen Verbündeten. So müssen sich Christen und Muslime gemeinsam den zahlreichen Herausforderungen stellen, die eine gottferne Zeit uns aufgibt. Ich soll ja kürzen, gehe jetzt auf andere nicht ein, Akteure Ihnen nochmal im Netz, das wird Annette Henninger morgen auch nochmal aufgreifen, wie Science Files, Wikimania und so weiter, was wir dort auch an Antifeminismen feststellen, wo wir aber immer weiter eben in die radikale und extreme Rechte hineinkommen. Aber wie gesagt, dieses Beispiel vom Forum Deutscher Katholiken zeigt, wie es daherkommt sozusagen und auch diese Differenzierung vom vordergründigen und absoluten Feind, was vielleicht auch deutlich macht, was der Feminismus sozusagen auf den Plan ruft, sozusagen in seiner Gegenbewegung. Dann komme ich doch gleich zu meinem Antifeminismus als ständisches Projekt, weil sich auch gerade zeigt, dass im Marsch für das Leben, wer sich da sozusagen zusammenfindet und das lässt sich eigentlich auch ein bisschen empirisch nachweisen nachher auch bei allem anderen, dass wir vor allen Dingen im Zentrum dieser Organisation für das Marsch für das Leben erst mal auf eine bürgerlich-technokratische Bildungselite stoßen, wenn ich mich an eine Milieuforschung anschließe, und Aristokratinnen. Wir reden hier über ein soziales Milieu, was gesellschaftlich sehr stark unter Druck geraten ist, gerade durch die Bildungsexpansion und den sozialen Bildungsausstieg der 60er, 70er Jahre, wo sozusagen in der Upper Class neue soziale Milieus entstanden sind, die teilweise heute, ganz plastisch gesagt, die Anhängerinnenschaft der Grünen sind oder auch Teile der SPD zumindest mal waren, das ändert sich ja gerade so ein bisschen, wo sozusagen die Neuaufgestiegenen, diese alten Milieus, die aristokratische Bildungselite letztendlich unter Druck setzen. Ich glaube, dass wir hier teilweise sozusagen die Sinnstiftungsproduktion oder sozusagen ganz vehemente Gegenwehr auch eben zum Feminismus finden und damit auch den Antifeminismus. Wenn ich also ein bisschen von der Milieuforschung her drauf schließe, ich gehe noch mal eher eins zurück, sonst irritiert das. Nochmal erste Überschrift. Wenn ich auf die Milieuforschung von Heiko Geiling, Michael Fester und anderen zurückgreife, dann dürfte sich das Potenzial, und das bezieht sich jetzt wirklich auf Westdeutschland, weil leider wurde die Forschung nicht weiter gefördert für Ostdeutschland, aus dem sogenannten traditionellen kleinbürgerlichen Arbeitnehmerinnenmilieu, dem traditionellen Arbeitnehmerinnenmilieu, sowie der gehobenen bürgerlichen Milieus sozusagen ein Teil eben auch der Upper Class zusammensetzt. Die Arbeitnehmerinnenmilieus waren in der Vergangenheit durch die CDU, CSU integriert und die SPD und werden nunmehr in Westdeutschland von der AfD mobilisiert und dort finden sie sozusagen ihr Mobilisierungspotenzial. Nach der Milieuforschung sind diese Milieus traditionell schon autoritär orientiert und Hierarchie gebunden. Aus all diesen Milieus wählen weit überproportional Männer die AfD. Dass meine Annahme nicht ganz unbegründet ist, dass es hier sozusagen auch einen Anschluss an den Antifeminismus gibt, zeigt eine Sonderauswertung des World Value Service und des European Value Service für sieben ausgewählte liberale Demokratien für Amy Alexander und Christian Welze von 2017. Die Untersuchungsländer, die haben es über die ganze Welt sozusagen verteilt, sind Deutschland, Spanien, Schweden, USA, Japan, Südkorea und Argentinien, Länder, die sie als etablierte Demokratien einordnen. Die beiden AutorInnen haben den Wandel von Wertorientierung untersucht, indem sie die Perioden 1995 bis 1998, 2011 bis 2014 miteinander verglichen haben und Ausgangspunkt war die Periode Anfang der 1980er Jahre und kommen zu dem Ergebnis, dass es eine weitreichende Liberalisierung in den Wertorientierungen gibt, was die Wertorientierung auf die Geschlechterverhältnisse angeht, was Emanzipationsbestrebungen, Lebenskonzepte, Homosexualität und so weiter angeht, aber, und das ist über diese Datensätze nur möglich nur ganz grob nach Klassen eingeteilt, bei den einzelnen Klassen unterschiedlich stark. Also ihr dürft das jetzt nicht so lesen, dass links sozusagen eine vertikale Achse der sozialen Strukturierung ist, es ist eine Achse der Liberalisierung in den Wertvorstellungen und was man da sehen kann ist, dass die alte Upper Class, die unten sich sozusagen gespalten hat. Das ist sozusagen die über den Bildungsaufstieg neue Teile von sozialen Milieus, von denen ich gesprochen habe, die sozusagen den größten Shift durchlaufen haben in der Liberalisierung, in ihrem Verständnis der Geschlechterordnung, Geschlechterverhältnisse und sozusagen die alte Bildungsaristokratie und in Deutschland müsste man auch Aristokratie sagen, ist sozusagen rechts abgebogen und verharrt weit unter dem auch noch, was die Lower Middle Class und die Working Class an Orientierung bezogen auf die Geschlechterverhältnisse entwickelt hat. Meine Vermutung ist jetzt bei dem Akteursspektrum, was wir in Deutschland haben und das ist im Übrigen bei allen sieben Demokratien ungefähr gleich, diese Entwicklung. Das, was ich jetzt mit Blick auf unser Akteursspektrum in Deutschland vermute ist, dass eben genau diese alte bürgerlich-technokratische Bildungselite und ihre Aristokratie genau dort in dieser abgebogenen Upper Class zu finden ist, also Teile davon sind und eigentlich auch im Zentrum antifeministischer Mobilisierung ist und ihr Mobilisierungspotenzial in den beiden Klassen und Milieus dieser Klassen, die um sie herum sind, findet. Nicht vollständig, aber teilweise. Amir Alexander und Christian Welzel gehen davon aus, dass das insgesamt das Mobilisierungspotenzial begrenzt ist, glaube ich auch. Also wir müssen wahrscheinlich in Deutschland, so sagen wir mal, zwischen 10, 15 bis maximal 20 Prozent ausgehen, da ist es sozusagen gekappt. Die Frage ist nur, was diese Mobilisierung insgesamt politisch-kulturell verändern können. ja, so ungefähr würde ich es an der Stelle sagen, beide, Alexander und Welzel sagen auch im Abgleich mit anderen Wertorientierungen, dass die Frage, Wertorientierung in den Geschlechterverhältnissen sozusagen das konfliktreichste Feld ist, im Verhältnis zu anderen Auseinandersetzungen und Wertorientierung. und damit komme ich zum Schluss. Was folgt? Beim Antifeminismus haben wir es nicht durchgehend mit einer fundierten Weltanschauung im Sinn unseres analytischen Strukturbegriffs in Marburg zu tun. Er ist also sowohl Weltanschauung als auch dünne Ideologie und politische Strategie in Gegenbewegungen im jeweiligen historischen Prozess der Demokratisierung und Liberalisierung gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Der Feminismus kann als absoluten oder wahren Feind in diesem Sinne in dieser Szene begriffen werden, der über seine Universalitäts- und Emanzipationsanspruch christlich-fundamentalistische oder völkische Vorstellungen von Gesellschaft und Nation angreift. Diese Feindkonstruktion kann unterschiedliche kollektive Akteurinnen miteinander vereinen, ob nun eher säkular oder religiös orientiert. Der Antifeminismus lässt sich mit Antisemitismus bestens verbinden, was wir ja bis in den Rechtsterrorismus hinein erlebt haben. Erstmal Anders Breivik, genau wie Beilet in Halle in dem Anschlag auf die Synagoge das genau miteinander verknüpft hat. Aber auch mit Neoliberalismus, darauf konnte ich jetzt nicht weiter eingehen und das betrifft nicht nur den reaktionären Neoliberalismus, sondern auch den progressiven Neoliberalismus. Auch dies lässt sich am Beispiel der AfD gut nachzeichnen. So kommen Christoph Butterwerger, Gudrun Henkes und Gerd Wiegel in einer Studie von 2018 zur AfD in Parlamenten mit Blick auf die fundamentalistische Familienpolitik zu dem Ergebnis. Ich zitiere, tatsächlich gibt es in der Familienpolitik zwischen dem völkisch-nationalistischen und dem wirtschaftsliberalen Parteiflügel der AfD wenig Reibungsflächen. Für den Erstgenannten bildet das Ehepaar mit eigenen Kindern ohnehin die Keimzelle und Kraftzelle der Nation. Aber auch die letztgenannte Gruppe, also der wirtschaftsliberale Flügel, die den Sozialstaat im Sinn des Neoliberalismus schwächen und zurückdrängen oder zerstören will, kommt nicht umhin, die Familie zu stärken und das meint hier immer die heterosexuelle und heteronormative Familie. Antifeminismus als Weltanschauung oder politische Strategie als, würde ich sagen, ständisches Projekt bezeichnet werden, das an sogenannten Alltagstheorien und an Erfahrungszusammenhängen verschiedener sozialer Milieus und Klassen andocken kann. Als populistisch-politische Strategie lässt er sich mit Antisemitismus verbinden und entfaltet gegenwärtig gesellschaftliche Mobilisierungskraft. Ich würde mich Amy und Wetzel anschließen, die sagten, der Kampf um die Demokratisierung der Macht- und Lebensverhältnisse in den Geschlechterordnungen ist in der Tat ein most dynamic field. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Ursula Biersel, hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht. Gut, dann haben wir weniger Zeit für Nachfragen, aber die ich auf jeden Fall jetzt noch schnell zulassen möchte und dann wollen wir den Blick noch auf Europa machen. Wer hat eine Nachfrage, eine kurze? Zwei Nachfragen, das eine ist die Familienpolitik, hast du, denke ich, der AfD als heteronormativ bezeichnet, wir haben aber, wie siehst du diese Wendung gegen alleinerziehende Mütter? Da sind die ja wirklich auf dem Strafweg, also Entzug von Sozialhilfe und so weiter. Heteronormativ ist da glaube ich nicht allein der Ausdruck. Das zweite ist, mit Antifeminismus und Antisemitismus gebe ich dir voll recht, warum hast du die Islamophobie daraus genommen? Das ist das, was ich vorhin meinte, die Frage, diese Islamophobie oder das mit dem sich gegen den Islam. Augenscheinlich scheint der Islam eher der vordergründige Feind zu sein und das alles andere, vor allen Dingen, was jetzt mit Antisemitismus und Verschränkung mit Antifeminismus, also sozusagen das Judentum wird verantwortlich gemacht dafür, dass es überhaupt den Feminismus gibt. Das ist auch mit dieser Verbundung Verschwörungsmythos. Aber bei der AfD würde ich dir erstmal vollkommen recht geben, es ist nur sozusagen die Frage der Grundlage, wie wird Familie gesehen, wie werden Geschlechterverhältnisse gesehen, dass das eben genau diesem Heteronormativen eigentlich nach wie vor folgt. So, jetzt haben wir da hinten noch eine Frage und Ja, Dankeschön. Ich habe noch eine Verständnisfrage zu dem Akteurinnenspektrum, das da ja schematisch dargestellt wurde am Beispiel für den Marsch für das Leben, inwieweit das repräsentativ ist für auch andere Themenbereiche, die in anti- oder feministischen Debatten zum Tragen kommen. Also, könnte sich jetzt die Frage stellen, ob diese christlichen Akteur-Innen-Gruppen insbesondere jetzt dieses Thema Leben sich auf die Fahnen geschrieben haben oder ob die auch genauso in der Form in anderen Themenbereichen aktiv sind. Ich glaube, die Frage des sogenannten Lebensschutzes ist im Augenblick das, was es triggert. Das steht sehr stark im Zentrum bis hin zur Weltfrauen- äh, Weltfamilienkonferenz, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe gesagt Weltfrauenkonferenz, Weltfamilienkonferenz. Da tauchen nämlich dieselben AkteurInnen auch wieder auf und eben genau immer um diese Frage des Lebensschutzes und dadurch, dass sie ja auch vom Papst, das galt bei Benedikt so, das geht beim jetzigen so, jedes Mal beim Marsch für das Leben auch in Deutschland ein Grußwort erhalten. Das heißt, sie kriegen also auch nochmal eine Rückendeckung, sozusagen offiziell von der katholischen Kirche. Es ist sozusagen da, wo sich es im Augenblick drum kreist. Ich wollte eigentlich jetzt Schluss machen, weil wir echt mit der Zeit hängen, aber Inga, eine kleine, kurze Bemerkung. Eine Frage. Ja, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Inga Börgesson vom Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung und ich habe die Frage, ob quasi dieser, also dieses Thema, der Marsch für das Leben und so weiter und so fort, quasi so der Punkt ist, wo diese doch eigentlich sehr männlich dominierte Bewegung versucht, Frauen zu mobilisieren und Ihnen das ja auch sehr gelingt. Also ob das quasi auch so ein Punkt ist, warum das so nach vorne geschoben wird. Ich weiß gar nicht, ob es Strategie ist, Frauen zu mobilisieren, aber sie mobilisieren Frauen. Also das sieht man auch, wer im Zentrum steht, das auch mit zu organisieren. Aber auch, wer dabei ist. Es funktioniert einfach. Ich weiß bloß nicht, ob es eine Strategie im engeren Sinn ist. Das weiß ich nicht, aber es tut es einfach. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.